Come on and slam! And welcome to the jam! Come on and slam! Schnell lang! Schnell lang! Nagen? Deine Sniper sieht ziemlich geil aus. Ja, sieht fast aus wie die Volkano. So, Legendary und so. Upsa, klar. Ja, ich meine es auch fast so gut wie die. Wenn ich jetzt... Oh ja, oh ja. Woohoo! Tecum, tecum, tecum. Okay. Ja. Shushitrak! Aber schnell zu Wheel, hm? Wilhelm. Wilhelm. Wie war das? Oh mein Gott. Ach, die hast du mir erst gekriegt. Wie mich einfach alles downed. Siehst du warst sogar noch so ein gutes Stück vor mir. Ich weiß. Und ich spring da mal rüber, das hab ich so angewöhnt, einfach. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Schade. Wie mich alles downed, eisgalt. Riechig gut. Riechig scheiße. Riechig scheiße. Wie so. Bum. Ähm. Oh mein Gott. Down hab ich jetzt selbst nicht gerechnet. Dass ich da noch gedowne würde. Ich auch nicht, weil es vor allem so schön nach Wecklin eigentlich war. Alter. Ja, läuft, ne? Ich bin auf jeden Fall Tank-Charakter. Das Tal. Oh Mann, ey. Ey, hier ist ein geiler Bandit mit so einem geilen Maschinen auf dem Rücken. Ja, töte ihn. Wollen wir? Mach. Ich guck dir in Raketen zu. Ja, okay, ich helf dir. Ich brauch nicht unbedingt mit der Hilfe, der ist schon tot. Der Goethe-Alternehmen ist auch schon tot inzwischen. Peace. Alles easy. Jetzt möchte ich nur seine Maschinen haben, was da hinten drin ist. Ich hab auch mal einen gekillt. Uh, Taskmaster. Uh, noch einer. Na, was soll's. Komm, mach mal ein bisschen XP hier mal. Na gut. Ich hab dem einen schon mal so ein halbes Leben gezogen. Und dein Rest. Oh. Der ist natürlich resistent gegen Shock. Und meine beste Waffe ist Shock. Kein Problem. One-Hit. GG. 5000 Damage, ey. War ebenso. Naja. Anarchy for the win, ey. Ja, wo ist denn hier der... Achso, da hast du. Ach, das ist... Äh, ja. Ich dachte, das wäre ein Loot-Goldjahr. Ich dachte, das wäre ein Loot-Goldjahr. Das ist wirklich geil. Ne, dachte ich auch erst. War's leider nicht. Ja, auf Spielen hab ich jetzt keine Lust zu, oder? Da hab ich nicht genug Geld. Warum kletter ich hier nicht wieder hoch? Da wird doch nur länger. Keine Ahnung. Super. GG. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis der Typ sich respawnt hat. Dann können wir ihn wieder auf Willem schicken. Ja. Müssen ja erstmal normale Leute killen hier. Ja. Bisschen Mobbing. Easy. Easy, easy, easy. Ne, ne. Das eben nicht. Oh, hier ist ein ziemlich gutes Mali-One-Spike-Schild. Da soll ich's nicht gut. Anzei ist nicht gesagt. Ja, deswegen hab ich's auch genommen. Kann ich meinen Tarn... Das kann ich dafür weggeben, ja. Jetzt bin ich doch mal ein 7. Ja, vor allem weil's so ein richtig schönes Cross-Off noch dazu ist. Ja, klar. Vor allem jetzt kommen nur Bots. Ja, genau. Sie wollen ich das, das ist richtig geil. Dann geht das mal los hier. Ich schick dich gerne vor. Ladies first, ne. Natürlich der Charakter. Alleine wie du die mit einer Feuer-Sniper-One-Shot ist. Das ist so unfair. Ja. Das Ding ist halt, mein Alec-Stacks machen wir noch so viel extra Damage. Ist so geil. Sonst wär das gar nicht möglich. Wär auch nicht. Scheiß Macromancer. Geil. Ja. Ja. Ich hab ja auch einen. Aber ich mag's nicht so gerne. Boah. Ich hab's dir nur mal angespielt vorhin. Irgendwann. Ja. Ja. Jetzt erst richtig. Aber ich bin kein... Hm. Betting-Fan. Warte. Ich hab schon wieder so gut wie Daumen. Ähm. So. Gut. Ich hab 57 Leben. Meinst du das reicht? Alles chillig. Ja klar. Ja klar. Oh. Ich will jetzt nochmal nicht benutzen. Aber... Oh. Ist das eine Granate? Ja. Ja. Ich werfe auch mal nicht. Ich werfe auch mal nicht. Na. Mach' auf. So. Ja. Zwei. Drei. Drei gekillt damit. Zwei Granaten. Ja schön. Ja. Flut auf Granaten sind's auch geil. Ja stimmt wohl. Wir machen halt so schönen Area-Damage. Ich mein schon, wenn eine Close-Off-Pistole leider trifft die in unfälligen Zeitenschuss. Weil auf Zungen genau was dafür. Ja. Aber von dieser Entfernung aus geht das noch. Ja. Und vorher musst du nur so ein, zwei Scheisse-Schüsse treffen. Ja. Genau. Deswegen ist es auch in Ordnung. Au. Ammo. Yay. Ich mein, ich hab mir grad Max-Sniper-Ammo geholt. Die spare ich mir auf für Wheelhelm. Mach' ich mir auch gerade. Deswegen will jetzt ich auch gerade in meine Mistole. Ja. Ich benutze meine supergeile Assault-Rafel. Die macht gar kein Damage. Richtig witzig. Ich bin schon bei 150 Stacks. Ja. Mehr geht im Moment nicht. Hm? Mehr geht im Moment nicht. Für dich? Doch, 200. Achso, den hast du schon in Scale. Einmal. Einmal hab ich den schon hoch. Läuft. Das ist ein Trap. Es ist ein Trap. Es ist ein Trap. Boah, schön. 500 Damage immer jeden Schuss hier. Ja, ich mach 300. Kann auch. Seh ich gar nicht. Das ist eine Pistole mit 50 Schaden. Hm. Unfair. Nein, Digga. Ich finische dich wohl dann. Alter. Deathwrap geht aus dem Weg. Ich hab mal den... Surveyor killed, ne? Ja, mach's mal. Da bin ich viel zu ungenau. Um ihn zu treffen. Hm. Und du gibst Wheeler. Ich geb den Surveyor an. Ja. Mein Sniper muss von mir leer. Die Feuerwehr ist zu hoch von der Sniper. Die ist so... T-T-T-T-T-T-T. Boah, fess dich auch vielleicht da um. An sich geil, aber irgendwie auch scheiße. Wow. Also Deathwrap geht mir auch richtig heftig gerade mit seinem cool Laser hier. Er gibt dir. Oder ihm. Ihm. Wär besser. Ja. Mir wär ein bisschen doof, ne? Ja. Yup. You killed Willem? Easy. Na ja. Dank dir. Na ja. Ist ein dummer. Das Shields war ja. Töte ihn immer. Ähm. Wo ist er noch da? Ich treffe nämlich überhaupt nicht. Läuft. Ich hab's eben probiert. Ich spram einfach viel zu hart. Ich kann wirklich nur von Nahkampf hier alles töten. Ja. Nein. Kein Power Loader. Easy. Ja, der Bull schlägt für mich nichts. Easy. Oh mein Gott. Guter Marliwan Launcher. Easy. Oh mein Gott. Guter Marliwan Launcher. Easy. Oh, das ist schlimm so. Reiß schon mal zurück. Ja. Wie gut, dass ich Marliwan genommen hab. Ja, ist echt so. Ja. Ja, ich wollte nichts Gutes. Ja, ich wollte nichts Gutes. Wollte nichts Gutes, genau. Das ist irgendwie echt so. Ja. Ja. Ja, los geht's. Ein Bein steht da noch. Oh. Oh, 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 oh. R-R-Rest von mich abgeballert. Wofür. Pow. Oh, jetzt muss man ja schön weit laufen. Wir sind die besten Wall-Thunter, ey. Wir sind die besten Wall-Thunter. Wollte auch mal sagen, wenn er die, die defeated haben, das war jetzt nicht so schwer, ihn gerade zu tun. Das haben wir noch nicht geschafft. Ja. Du mit deinem Anarchy zerstörst ja sowieso alles, ne. Ja, aber wenn ich da umgebildet habe, wieder nachrichtig. Ja, ja. Das schon. Aber jetzt, äh, im ersten Play-Through ist Macromancer schon ziemlich heftig. Ja, genau. Vollert einfach überall durch und ich hab grad fett nicht drauf geguckt, was für, ähm, äh, Relics wir hätten haben können. Oh, egal. Können wir alle nicht benutzen, ne. Genau. Wir können hier fast gar keinen benutzen, also. Gibt's eigentlich noch ein bisschen was googlen, ob's das vielleicht gibt, oder? Ja, es gibt, äh, Mali-One-Schaden oder sowas, oder Magazin-Größe. Achso, ja, okay, stimmt. Ja. Aber sonst keine, ne? Ne. Aber es gibt keine Relics direkt von den Herstellern. Okay, ja, na gut. Ganz und solche. Oh mein Gott, what the hell. Oh mein Gott. Oh, we broke it. Now. Oh mein Gott. Ich hab' alles getotet. Auf jeden Fall. Tsch, 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 tsch. Ich geh mal schön zu Roland. Du gehst, äh, zu, in der Mitte da. In der Mitte da, okay. Du gehst zu, in der Mitte da. Ich warte hitziglich vor der Tür. Alright, alright. Lass, Roland. Lass mich rein. Boom. Hallo. So. Gib schon mal das Iridium Lille. So, mach' ich. Heftigstes Koop hier so. Ja man, time saving, was geht's? Warum ist mein Wegpunkt bei Markus? Ich hab mir auch alle gefragt. Das gehört nicht so. Such a Rockstar. Ja. Oh, ich hab' mir so viel genommen. Drogen hier. Ich hab' noch keine Überdose genommen. Ne. Ist nicht gewohnt. Ja. Oh, harte Shit. Schmeißt du uns einfach weg, ey. Es ist so hart. Eiskalt. Haben's nicht alles verdient, ne. Gute Freunde, yay. Ja. Ja. Hit it, Scooter. Catch a ride. Yeah. XL Version. Ja, richtig. Voll cool. Alleine wenn das Ding das trifft, wie viele Brocken da wegfliegen. Und wie riesig die Dinger sind. Ja, wie einfach die ganze Stadt im Arsch wäre. Ja, ne. Brocken ja wegfliegen und die Relationen müssen ja so riesig sein. Ja. Ja, ganze Stadt im Arsch. Ja. Sup. Joink. Joink. Jöink! Yes! GG!